Das hier ist meine Bosch Oberfräse POF 1200 AE. Die hat eine große Schwester, die Bosch POF 1400 AE, die nicht nur mehr Leistung hat, sondern auch eine Höhenfeineinstellung. Wenn man sich die Höhenfeineinstellung bei Bosch für die 1400 als Ersatzteil bestellt, kann man die Höhenverstellung in der Bosch POF 1200 AE nachrüsten. Leider passt der mitgelieferte Verstellknopf nicht zum Gehäuse der 1200 AE, also kurz Tinkercad angeworfen, denn für solche einfachen Konstruktionen reicht Tinkercad völlig aus. Es ist kostenlos leicht zu erlernen und nein, das ist keine Werbung. Also schnell aus ein paar Grundelementen und Nachmessen, den Knopf gestaltet, einmal durch die warme Plastepressdüse gejagt und schon hat man ein passables Knöpfchen. Glaubst du, das hat sofort geklappt? Eine Schraube aus dem Sortiment und zack hat man eine vollwertige Höhenfeineinstellung an der Bosch POF 1200 AE, die eigentlich keine Feineinstellung hat. Und das Rot passt doch super, oder? Folgt mir für mehr 3D-Druck in der Holzwerkstatt. Ciao!